Und damit willkommen zurück zu meinem Adventskalender. Heute am 9. Dezember ist Katy Raine, der Detective Spawn dran. Ein Pixel-Point-Click-Adventure über eine Detektiv-Story, die relativ gute Bewertungen in Steam bekommen hat und ich schon eine ganze Weile bei mir in der Bibliothek habe und ich sie eventuell gern mal für euch spielen möchte. Wir fangen einfach mal neu an. Hey, you. Uh, hey. Oh, man. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. Na, 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 na. I, uh, I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out. So I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this. His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it. I knew you'd know him. Okay, wie wir sehen, krasse Gegensätze hier. Die Rockerbraut und hier die christlich angehauchte Verwunderin. Und ja, Rain. Wir heißen wahrscheinlich auch die Katie Rain, nehme ich jetzt mal an. Das ist also vielleicht ein Verwandter von uns. Ja, er war... Ach so. Übrigens, ich habe es auf Deutsch gestellt. Das ist relativ selten wie solche Indie-Pony-Click-Adventure, dass man eine deutsche zumindest Übersetzung irgendwo hat. Das ist mir bei den Blackwell-Teilen noch nie untergekommen. Deswegen ist es schon interessant. Genau. Er war mein Großvater. Ich möchte wirklich nicht drüber reden. Ich habe ihn nicht mehr gesehen als ein Kind vor. Das ist eine Ewigkeit her. Ja, er ist... Er war mein Großvater. Hey, warte mal. Ich habe dir nie gesagt, wo ich aufgewachsen bin. Oh, well, ich... Well, ich... Ich könnte dich irgendwie aufgewachsen. Das ist nicht cool, Eileen. Gerne. Ich konnte mich einfach nicht helfen. Well, in einem dieser Tage wird du dich mit einem Verwaltungsordern helfen. Ich sage dir, das ist ein Freund. Ich weiß. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Ich war zu ohne ordentlich. Mir ist aufgeräumt. Good night, Kathy. Eine Beerdigung. Was denn da passiert? Ich bin fast September 1995, Tag 1. Oh, Gott, make it stop. So, können wir uns bewegen? Ja. Was? Ist Rechtsklick was anderes als... Nein, Linksklick. Eileen's obnoxious Alarmklock. Der Geräusch macht mich, dass ich mich mit etwas schmerzen möchte, wenn ich mich mit etwas schmerzen möchte. Ch, ch, ch. Wir machen aus. Es sieht aus, dass Eileen hier eine Noten für mich verlassen hat. Hi, Kat. Seitdem es so lange dauert, habe ich die Alarm festgestellt, damit du nicht das Funeral. Danke mir später. E. Ich bin sehr lieb, dass sie daran erinnert. Oh, sorry. Da habe ich irgendwas übersehen. So, was haben wir denn? Terminplaner können wir uns anschauen. Eileen's Schedule. Es gibt eine Noten für heute. Setz Alarmklock für Kathy. Ich kann sie nicht missen, dass sie das Funeral. So, das Kreuz. Ist das so ein typisches Ding mit irgendwie einem Landei? So Redneck-mäßisch. Gemein. So, was hat sie denn für ein Bett? Na komm, dann legen wir uns mal rein. Ist okay. So, was hat sie denn noch für ein Pust? Ich bin ziemlich sicher, es geht um einen Mann, der mit diesem goldenen Retriever befindet. Make-up check, Haare check, horrible mood and contempt for humanity check. Sehr schön. So, der Schrank an sich. Eileen's Closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault, you ended up so close to my lighter. I can certainly see the appeal of blindly rummaging through Eileen's Closet, but seriously, I've got better things to do. Ich bin kein Geist, aber ich weiß, wie ich einen benutze. Ein Computer, das heißt. Nicht ein Geist. Das heißt, ich vermisse ihm wirklich die Wertigung verpasst? Es ist ein advanced Scanner-Thinge. Es kann Bilder, Tape, all sorts of stuff. Unser Raum-Phone. Es hat eine externe Linie. Ich habe noch nichts geschrieben. NZ-500 Self-Defense-Stung-Gun. Fully charged. Feuerzeug und Schach-Zigaretten. Die ist ja interessant ausgerüstet. Okay, die Dame. Die kam öfters mal mit manchen Typen. In Konflikt. Einer meiner Lieblings-Horror-Movie. Messie. Just the way I like it. Nein, ich kam einfach. Mein elektrisches Gitarre. Ich habe es von einer Lesbe und habe mich in einem Konzert getroffen. Gute Zeiten. Von einer Lesbe? Okay, das ist wieder sehr aufklärerisch hier. Nachdenken. Hilf mir, mich von meinen letzten zwei Freundinnen zu entfernen. Was? Ah, okay. So, ich glaube, wir sollten jetzt rausgehen. Wofür noch mehr? Sheet machen. Ah, wir haben sogar noch ein Motorrad ohne Schlüssel. Interessant. So, und jetzt... Ah, hier werden dann die eingeblendet, wohin wir fahren können. Interessanter. Ah, das Ladescreens. Davies. Well, here we are. God, I really need a smoke. Schau, hat jemand gebetet? Ich glaube nicht. Die totale Menschen regeln. Es gibt keine Zeit für das jetzt. Ich bin zu früh für das Feuchtigkeit. So, ich gehe jetzt einmal Richtung Beerdigung. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Ensure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Wir haben irgendwie Probleme mit unseren Eltern und unseren Verwandten, wie es aussieht. Mrs. Rain. Mary Elizabeth Rain, my grandmother, on my father's side. Uh, excuse me, Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine? Who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Cease. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? Ten years? Fifteen? Fifteen sounds about right. I was six when Mom took me away. Goodness. We have some catching up to do, then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but... Why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon, then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. The coffin is lowered, but the grate hasn't been filled up yet. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Conwell Springs. Look smaller than I remember it. I can't wait for a single time. Is it a bit Parker? Mitchell? Okay, I'd have imagined that there might be something... Maybe Kickstarter, but it's too few. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. No reason to go in. I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the church of the holy trinidad is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the seven big ones? I simply meant that we're all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your help out, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Grandma, is anybody home? A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Oh, and Dalana-Fährtchen. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Schön. Nice black leather coat. Right up my alley. All that's what's black. A little wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. These should come in handy when I need to make calls. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Oh, hello, dear. I was just wondering, what took you so long? Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around. Just like when you were little. Oh, come on, have a seat. We have so much to talk about. Oh, dear. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle, in case you miss it there out front. Oh, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask. Have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? W-w-w-w-w-what-what? Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what? I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face. Like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of you. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. I was going to say, we're taking an electric shock. I find it's always fascinating to see you again. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 1981? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar, not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Hmm, he's got a threat. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. What do the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch. But the result was the same after three different scans on three different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. Hmm, then this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refused to believe it was a coincidence. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The Sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the Sheriff's Station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Grandma has prepared some tea for us. Then drink doch mal was. Nah, I'm more of a coffee girl. Grandpa in his Air Force uniform looks to be in his early 20s. Plane, Plane, Plane. Expensive looking Scotch. That thing has been standing there forever. Ha, it would be kind of funny to see her reaction, but no. Okay, Katie, also damit kann ich nicht arbeiten, dass du das lustig finden würdest. Okay, der Charakter ist mir jetzt schon ein bisschen unsympathisch. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ein robustes Stück von wooden Kastner. Ich habe immer lieb, durch die Schrauben zu schrauben, als ich ein Kind war. Schaut auf Koffe, Knopf und Koffe. Grandpa und mir hatten wir dieses Spiel, wo er in den Haus schrauben würde, und ich würde auf einen Schrauben schrauben. Nicht in den Schrauben, aber ich dachte, es war da zu schrecklich. Das ist ein guter Hinweis. Also erstens, wir könnten den Münzen folgen. Nummer zwei, ruhig hochgehen. Ähm. Unsere Mutter hat Lügen erzählt, als sie uns mitgenommen hatte. Und dann war psychisch krank. Das ist natürlich auch immer interessant. Ein intricate toy airplane with moving parts. Okay, er hatte ein Modellflugzeug, nach dem wahrscheinlich nicht mehr fliegen konnte. Ich erinnere mich mit dem Spiel zu spielen. Grandpa hatte eine ganze Reihe von ihnen. Eine ziemlich großartige Bücherkollektion. Und das finde ich so langweilig. Ich sollte nicht überstehen, mein Willkommen. Wir fragen nochmal ganz kurz nach, ob wir es dürfen. Aber wir haben dafür das Supergeschoss nicht ange... Äh, angewählt. Sicherheit. Ne, darf ich nicht. Ich will nicht, dass sie das zeigen. Bye, Grandma. So lange. Okay, also wir zuerst noch nicht in das Supergeschoss. Ich hätte nur gedacht, dass wir gleich mal das Großvater zum anschauen. Und mal so als Erinnerung. Dann fahren wir mal zur Polizei. Die ist ja schon ein bisschen gegen die Polizei, so wie sie hier geantwortet hatte. Land of the Free. A bunch of cops lining up for a photo. Ein normaler Cop. Some young cop. Looks a bit familiar. Pecant, froh. Na mal schauen. Hey, Sheriff. Hi. Hello. Die Friseau. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. Ich kenne dich. Ich bin ziemlich sicher, dass du nicht. Schule? Ja, ich kenne dich. Du bist Kathy. Kathy Rain. Meine Reputation überlegt mich. In einem, aber nicht total schrecklichen Weg. Oh, komm mal. Es ist ich, Lenny. Lenny Marks. Ich kenne dich ein Blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Okay, wir dürfen einfach rüber gehen. Well, got to go. See ya! Lots of police reports. Organized... ...gutstellen, aber wir können einfach zum Sheriff gehen. Der sagt nicht, dass wir reinkommen. Hey, Bord, coming along, Lenny. Uh, okay, I guess... A photo of the sheriff, shaking hands with some bald... ...probably the mayor. It's always the mayor. Okay, wir werden gleich mal mit dem reden. Einfach, um es schmaler zu kommen, in der Story. So, es wird schon alles nachschauen. Hallo, Sheriff. Habt ihr einen Moment? Nicht wirklich. Mach es schnell. Bord, der hier so lustig ist, als hätte er hier. Er hat einfach unheimliche Falten ums Mutregion. Wissen Sie, was mit Joseph Reign in 1981 passiert? Er hatte einen Struck in den Wald. Das ist, was passiert. Wenn das alles ist, warum würde Sheriff Truman eine Investigation öffnen? Es war nur standard Procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things, too good to be true, usually are. Können wir einen Blick auf diesen Report? Absolut nicht. Es waren offizielle Polisdokumenten. Warum nicht? Ich dachte, die Polisdokumenten sind öffentliche Rekord. Nicht in diesem Staat, das sind sie nicht. Von Staat zu Staat anders. Okay, jetzt kommt die Sheriff. Das ist keine große Sache, aber ich komme zur Familie. Okay, erst mal Familie. Ich bin Familie. Das klingt für etwas? Du nimmst dich selbst Familie? Ich habe dich nie in dieser Stadt gesehen. Es ist kompliziert. Guck mal, was kompliziert ist? Nicht zu sagen illegal. Hande ich die Beweise an jemanden, die es für ihn. Dann macht ihr die Karte? Plenty, ein bisschen Hilfe hier? Nichts, dass er nicht zu weit ist, dass er von dem Buch zu weit entfernt ist? Na, äh, Boss, sie ist seine Großvaterin. Ich glaube, es ist keine... Nichts, dass ich das weiß? Es gibt Regeln. Ich bin der einzige in hier, der sich über die Tür interessiert. Zu viel Kaffee? Versuch nicht, Papa Vane. Du willst den inside einer Karte sehen? Oh, kaff mich, Officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Dann reden wir mal mit Lenny, vielleicht kriegen wir was andersrum. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. I'd love to help, Kathy. The files are right here behind me. But you better check with the sheriff first. Okay, I'll do that. Yeah, that won't get me into trouble at all. Uh... What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you say so. I don't want to... Well, gotta go. See ya. Können wir einfach hingehen? Looks like talking isn't going to help me get that report. I'll have to take matters into my own hands. I wonder what's behind those doors. Na, dann probieren wir's mal. Lenny, ich brauche dich zu tun. Wie kann ich uns helfen? Es ist meine Mutter Geburtstag dieses Wochenende. Okay, wir ignorieren mal den Panel und gehen direkt zu den Akten. Ich brauche einen Schlüssel. Sie sehen genug aus. Ich würde sie nicht öffnen, ohne... Wenn ich überhaupt eine Beweise finden muss, dann weiß ich, wo sie zu suchen. Okay, verschiedene Werkzeuge. Was kann man denn nehmen? Too heavy to carry around and too noisy... So, wo ist denn der Schlüssel? Ist der hier auf dem Schreibtisch? Oder im schwarzen Brett? Keine Wollte-Posters. Ich bin überraschend. Keine Wollte-Posters. Nur ein paar Boxen, die mit Office-Supplies. Ein Computer-Monitor. Die Werkzeuge wirst du jetzt auch nicht nehmen. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Okay, hat durch Zufall... Das ist mir hier nirgendwo eine Schlüssel sehe. Der Penner hat den Schlüssel. Also... In der normalen Welt nicht. Aber vielleicht hier. Nur so als Frage. What? Ich kann nicht hin! Okay, wir wissen also hier hinten ist es. Wir brauchen eine Schlüssel. Wo kriegen wir eine Schlüssel her? Ich denke, er würde objektiv werden. Various Notizen... Was ist das mit dem Schreibtisch? Was ist das? Was ist das? Also, mein Vermutung ist... ... dass im Schreibtisch was ist. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie davon weglocken, damit wir in den Schreibtisch kommen. So ist es jetzt erst mal. Es ist Lenny's Phone. Es könnte irgendwie auch sinnvoll sein. Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Okay, können wir uns die Nummer von ihm speichern vielleicht? I don't think anything about that needs to be written down. Okay. How's the paperwork coming along, Lenny? Uh, okay, I guess. Maybe halfway through. Fax Machines. The pinnacle of modern technology. Hey, Lenny. Hallo, Kath. Ich will nicht zeigen. Well, muss ich gehen. See you. So, wollen wir doch einfach mal nochmal... Ich glaube, ich bin schon... Hey, Kathi, warte. Was? Hast du Füße? Ich meine, Füße? Absolut nicht. Ich füße auf menschlichen Misere. Ich, äh... Relax, Lenny. Ja, ich füße Füße. Oh, gut. Oh, gut. Kann ich dir was kaufen? Und auch was für mich? Und dann können wir vielleicht das Essen zusammen essen? Alter, warum sagt sie nur nein? Gott, nein, auf keinen Fall. Da würde ich mir so ein paar Zeit lieber das eigene Bein abnagen. Ich sage ein normales Nein. Ich bin wirklich beschäftigt. Vielleicht später. Oh, okay. Bis zum nächsten Mal. Nein, ich konnte es nicht finden. Keine Resultation. Ich sollte das für die Telefonnummern aufschauen, ob Menschen oder Pläne in der Stadt sind. Ja, und Lenny ist jetzt... Okay, dann reden wir noch mal ganz kurz mit unserer Oma über den Polizeibericht. Und dann würde ich das, glaube ich, das lässt wir erst mal unterbrechen. Ähm, ich hätte gerne den Bericht schon gesehen. Das hätte ich ganz nett gefunden, irgendwie. So als Abschluss, um da was irgendwie komisches zu finden. Geht, wenn wir noch mal sprechen? Nicht wirklich. So. Ich sehe keine Grund, um sie zu fragen, was sie über das. Okay, das geht nicht. Ähm, dann werden wir es, wenn ich das Spiel spielen werde, herausfinden, wie wir in einem Polizeibericht genau kommen. Und, äh, werden wahrscheinlich dann eine, ja, ein Fall aufdecken, sagen, warum unser Großvater stumm wurde, was mit unserem Vater passierte und, ja, was mit unserer Mutter dann war. Okay, wie soll ich das nicht lieber? Das ist ja, das ist ja, wir tun. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020